Hallo zu diesem wunderbaren, äh, sarkastischen, ironischen und, äh, auf Sex und Brust, äh, fixierten Spiel, was mir sehr gut gefallen hat bisher und, äh, wir wollten ja unserem Kollegen jetzt einen ausgeben, der ja da drin sein Dasein fristet und, äh, damit rede ich erstmal mit dem perversen Wirt. Entschuldigung, äh, nehmen. Äh, einen Moment. So. Stuhl, das scheint wohl wirklich so'n, äh, so'n typisches Wort zu sein, was die Amerikaner, ähm, äh, von uns Deutschen abgeguckt haben, so wie Kindergarten oder Sauerkraut. Hallo, was soll das sein? Wossi. Äh, steht da, Mike was hier again. Äh, eine Runde ist natürlich blöd, Champagner, Wossi, weiß ich nicht, Wein, Lightbier, Wodka, Bier, äh, was kann der, der ist so'n alter Seemann, oder? Der nimmt doch bestimmt Wodka oder Whisky, ja, nicht, kein Champagner, ja, ich nehm mal Wodka. Ich will ein bisschen serious damage, gib mir ein Wodka. Das wird 5 Dollar, bitte. Du flippst 5 Dollar auf den Kounter. Du trinkst nicht die Wodka, sondern du trinkst es um die Schotglas, weil du einfach nie wirst, wann du einen Schot von Wodka brauchen. Jo. Äh, nee, das wollte ich nicht. Ich, ich wollte jetzt hier wieder hingehen und da rein. Oh, äh, tut mir leid. Ja, Baby. Ja, Baby. Aha. Frische Färferminze, so, äh, hier, Whisky, äh, Wodka. Ja, äh, ja, was nennen wir denn dann? War der Hinweis vielleicht doch, äh, mit Champagner? Da lag ja auch irgendwie so Wein oder so'n Kram, ne? Blah, 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 blah. Was? Das weiß ich leider auch nicht. Ich geh nochmal hier rein. Da lagen doch Scherben, Glas Scherben rum. Äh, äh, Wein, Dose, Irgendwas. Hat der, hat der, hat der Wein, hat der der Wein gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht. Hallo, Mr. Perversa Wirt. Hallo. Wein. Da ist doch Wein. Können Sie bitte ein Glas von Ihrem delikanten, weinen Scherben, Sir? Hey, war das dein Geist? Halt, was macht der? Seit wann schüttelt man? Okay, das war's anscheinend nicht. Oh, das ist natürlich nicht sehr gut. Äh, aber Wein war's jetzt nicht. Aber warum mal... Blah, 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 blah. Gedacht, aber... Ich probiere einfach mal schon... Okay. Dann... N-n-n-n-n-n-n-n... Wein haben wir gerade Wein runtergeschluckt? Wein haben wir runtergeschluckt, nämlich Whisky. Immer wenn der Yeah Baby ruft, dann kriege ich hier oben Punkte. Oh, ich werde arm hier. Ah, ich balanciere ihn. Sehr gut. Dann gehe ich da lang. Oh. Oh, das ist gar nicht mehr. Geht's? Ein Karlufer? Oh, das ist gar nicht mehr. Ui, ui, ui. Ganz schön angeheitert. Äh, hier. Äh, ich habe hier... Äh, oh, immer noch... Äh, Whisky. Ich habe hier noch Whisky hier. Wir müssen auch Whisky hier haben. Äh, Kumpel? Ah, alter Seemann trinkt Whisky. Äh, das hat den Platz. Du weißt, du musst mein einziger Freund in der ganzen Welt sein. Also, ich werde dir meine einzigen Besen... Äh, äh, mein einziger Besen... Äh, all I got in the world. Ja, Baby. Ja, Baby. Äh, ich habe hier einen Bierdeckel. Das ist ein Bierdeckel von Lefties. Der wird locker mehr als einen Cent pro Stück dafür abgedrückt haben. Jawohl, was ist... Wenn du ganz tief in die Augen des Diamanten blickst, scheinst du Hochzeitsglocken-Leuten zu hören. Vielleicht auch den Dieselmotor eines LKWs. Ist ja so teuer. Äh, halt. Nein, will ich nicht. Ich will da jetzt wieder rein. Äh, wobei... Können wir da mit irgendwas machen? Oh! Du drehst den Bierdeckel um. Oh, was ist das denn? Eine Kombination für irgendwas. Sieben, so... Vier, vier, sechs. Okay... Ist das vielleicht der Code, äh, dieses Passwort? Äh, einen Moment. Das ist klar. Sorry, also... Sieben, zwei, vier, vier, sechs ist für mich ein Passwort. Ist auf dem Klo noch was? Seht ihr hier noch was? Äh, äh... Ist wie so ein... Wie so ein... Wie so ein... Raststätten... Äh... Klo, was nie gesauber gemacht wird. The Porcelain has that glazed look. Hey, just like you. Hey. Hey. So... Ich hab... Ist meine Webcam an? Wieso kann der in mein Zimmer gucken? Unheimlich. Kann ich jetzt... Kann ich aufs Klo gehen? Äh! Der sitzt ja... Ich hab eine alte Kopie von Flutter, the magazine of nude skydiving, and settle in to sit and think. You feel a great relief. What's that aroma? Eeh. Eeh, eeh, eeh. Kann ich die nehmen? Married under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is juicy, japanese and jewish. Okay, kanadisch und katholisch. Das sind natürlich jetzt die deutsche, juicy, jewish und japanese. Das sind natürlich andere Übersetzungen. Big uns. Married under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is 70 and still spunky. Äh, was? 70 und geil wie 20? Äh, heh, heh. Iiii. Iiii. Sehr deklafft. Ah. Married under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is... Goofus and Gallin's Guide to Swinging. Ach du Kacke. Married under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is... Balmy Ishmael. Oh mein Gott. Amale... Amale... Amale Grendel. Äh, ja, das reicht mir. Also, mir reicht das. Äh... Eine Klette sollte man ziehen, oder? Was? Warum nicht? Ach du Scheiße. Ich muss raus. Äh, ich muss raus. Was zum Teufel? Was hätte dein Fogger gegessen? Zement? Für das bestätigen der Spülung auf dem Klo? Im Larry's. Habe ich irgendwas bekommen? Danke, ich bin tot gewesen. Äh, kann ich denn wenigstens meine Hände waschen? Heißes Wasser. Heißes Wasser. Äh. Jetzt haben wir das Passwort, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, tut mir leid, das musste einfach raus, also... Diese ganze Stress und die Sache mit den Frauen und diese Erwägung mit den ganz vielen Busen hier. Busenbarrieren. Da oben ist eine Flinte. Äh, nicht reden? Ich würde das angucken. Das ist einer dieser Gag-Refle-Display. Wenn du klappst oder pressst den Button, dann beginnt die Fisch wie ein Fisch und dann schießt sie in die Kiste. Oh cool, da kann ich es ausprobieren. Es ist total ausreichend, was auch so ist. Lefte ist nicht insurecht. Also, kann ich die Rose nehmen? Yeah, geil! Die Rose... Was ist eigentlich... Fünf Minuten hätte ich nie im Leben gewartet. Na gut, dann können wir jetzt hier durch. Aber wozu ist dann jetzt... Wozu nennen ist denn jetzt dieser Code? Nogahai-Door. Äh, what's the password? Äh, Ken send me. Äh, Sortfish? Äh... So, muss ich ihm das jetzt geben? You read off the strange password you discovered in the John. Ach. Äh, Ken send me? Yeah, baby! Ach, so, John heißt in der Thron übersetzt. Ah, you recognize this setup from a number of art films you've viewed. The gentleman before you is basically working the front desk. His employee is upstairs, waiting to provide quick expert services to a discriminating clientele. Das ist eine sehr umschmeichelnde Beschreibung dafür, dass er ein Zuhälter ist und seine Angestellte ist eine Prostituierte. Zumindest so wie er gekleidet ist, sieht das so aus. Äh, okay, wir müssen also hoch scheinbar. Aber, äh, äh? Ein Moment. Äh, der Kopf des Elches, der hat doch hier auf der anderen Seite rausgeguckt. Und hier ist der andere Körper, wie geil ist denn das? Ja, und dann wäre ich auch schon Millionär, dann würde ich, äh... Da hängt sich ein Fischschwanz auf. Bitteschön, hä? Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Also hier ist alles eine Anspielung auf... ...auf Geschlechtsteile, auf Geschlechtsmerkmale, auf Sex, alles. Das Spiel gefällt mir. Ich packe den Link übrigens in die Beschreibung wieder rein, wie bei Mark of the Ninja. Äh, falls ihr das auch mal selber durchspielen wollt und die ganzen... ...ganze Spaß haben wollt. Aber was ist das hier eigentlich? Okay. I, ist es das, was ich sehe? Äh, was ich meine, ist, 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 ist da so ein Haufen... ...hat da jemand abgesessen? Hat da jemand... ...wäh... ...kann ich das... ...kann ich das nehmen? Äh, ich wollte eigentlich den Kot hier. Puh, habe ich richtig Glück gehabt, aber siehst Nuts, diese Nüsse. Alter, hier gibt es doch nicht. Ach du Scheiße. Das ist ein Fernseher, die hier sieht aus, als könnten wir den nehmen. Die Fernbedienung. Ja, Baby. Das finde ich sehr cool. Das ist ein LeCock. Äh, Cock. Muss ich das eigentlich jedes Mal erklären? Ich glaube nicht, oder? Cock? Äh, auch wieder, also Penis. Vulgäre Aussprache für Penis. Ich kann das ja eigentlich nicht, aber ich erkläre es einfach mal, weil auch ein paar jüngere dabei sind, die das vielleicht noch nicht kennen. Also Cock heißt vulgärer Ausdruck für Penis. Hier natürlich ist es ein Hahn. Es ist die Hände eines Cockes. Was? Was habe ich gesagt? Richtig. Gut, dass ich so gutes Englisch kann. Sprachen von mir echt leicht. Da ist eine rasierte Katze. Worum zum Hölle? Warum zum Teufel ist da eine rasierte Katze? Äh, ich sollte das wohl mit einer Facecam spielen mal, äh, dann könntet ihr, hättet ihr mir jetzt sehen können, wie ich zusammengefallen bin. Also Pussy muss ich jetzt wirklich nicht übersetzen. Und hier sind schon wieder Brüste. Und das ist der passende Hintern dazu. Ja. Es ist einer dieser riechtvollen Kalender, die die Tool-Kompanien eröffnet haben. Ja. Auf einem Stand in der Körnerin ist die infamous Butt-Bottle, introduced in 1972 bei einer Lowbrow-Beverage-Kompanie als Packaging für die erste flavornde Vodka. Die weniger gesagt über die Vodka, die besser. Ah, ja. Äh, was ist das für ein Bild? Das frage ich mich auch, um ehrlich zu sein. Und da ist eine Schranke. Und wenn ich mich so nicht richtig, äh, äh, vergucke, ist da ein Zahlenschloss. Dann kommen wir doch bestimmt da mit. Aber ich gucke mir das erstmal an. Es ist ein Kabinett, mit einer großen Varieté von Sex-Töten. Kein Wunder für den Verwendung der Kunden. Das Kabinett ist festgelegt, mit einem Kombination-Lock. Ja, die Kombination haben wir. Aber, wenn ihr mal auf die Uhr guckt. Ja, es ist wieder Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann machen wir diesen Schrank auf, der hier mit, äh, Handschellen und Dildos. Und, 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 ich weiß gar nicht, dass, das sieht aus wie so ein Korkenzieher. Das könnte eine Penispumpe sein. Was das ist? Weiß ich gar nicht. Das sieht aus wie so Raketen. Ja, wir sehen uns. Das klären wir alles in der nächsten Folge, was das alles für Sex-Spielzeug ist. Und, ähm, viel Spaß heute Abend. Und lasst die Hände über der Bettdecke, bitte, ja? Tschüss. Das tollt Oui, wie gut,ática. Und das war's. Und da wie so.